Wenn ihr wissen wollt, was es mit diesen kleinen Plastikröhrchen auf sich hat, dann bleibt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen liebe Fotofreunde zu einer neuen Folge meiner Fotostories. Heute mal nicht aus der Natur, sondern aus meinem Basislager. Erst einmal vielen, vielen Dank für das umfangreiche Feedback und die vielen Klicks auf mein letztes Video. Bei dem ging es um das Errichten eines Tarnansitzes und das Anlegen einer Wildvogelfütterung und wir haben den Eichelherr fotografiert. Wer es noch nicht gesehen hat, einfach auf meinem YouTube-Kanal suchen. Das letzte Video findet sich leicht und mal reinschauen. Da euch die Naturfotografie-Inhalte offensichtlich gut gefallen haben, werde ich in Zukunft weiterhin solche Inhalte erstellen. Das nächste Naturfotografie-Video ist schon in Planung, aber derzeit macht mir schlichtweg das Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Deswegen gibt es heute mal was aus dem Studio. Ich möchte euch einen kleinen Einblick in meine Arbeit als Businessfotograf bzw. Produktfotograf bieten. Das Video kann aber durchaus auch für alle, die Naturfotografie interessiert sind, interessant sein. Denn es geht um Makrofotografie und im Speziellen um das Stacking. Ich habe von einer Kundin Produkte zur Verfügung gestellt bekommen und die soll ich jetzt ganz normal für einen Online-Shop auf weißem Hintergrund fotografieren. Die Krux bei der Geschichte ist, dass es sich dabei um Mikrolinsen handelt. Also kleine Linsen für endoskopische medizinische Anwendungen, die eben nur wenige Millimeter groß sind. Der Durchmesser ist in der Regel 1 Millimeter und die kleinste ist, glaube ich, 1 Millimeter mal 1,5 Millimeter in den Abmessungen. Die anderen sind etwas länger, aber trotzdem sind diese Dinge kleine technische Wunder. Aber es ist eine gewisse Herausforderung, diese Sachen eben entsprechend abzulichten. Und dabei könnt ihr mir heute mal ein wenig über die Schulter schauen. Das ist also nun der Aufbau für unsere Produktfotografie. Eine ganz, ganz einfache Geschichte. Wie gesagt, wir brauchen Produktfotos auf weißem Hintergrund. Von daher habe ich hier eine Acrylglasplatte liegen, die hinten leicht ansteigt. Also wir brauchen keine super duper große Hohlkehle, weil wir sehr kleine Motive fotografieren. Und der zu fotografierende Ausschnitt wird dann vielleicht 5, 6, 7 Millimeter hoch sein insgesamt, den wir abbilden. So, dass es völlig ausreicht, wenn das hier sanft ansteigt und wir haben dann auch einen schönen schärfer Verlauf im Hintergrund. Acrylglas deswegen, weil ich es sehr gern mag, wenn die Produktfotos etwas interessanter werden. Und durch das Acrylglas haben wir eben noch eine Spiegelung des Produktes drin, die das Bild interessanter macht und auch ein bisschen wertiger. Deswegen das Acrylglas. Was haben wir noch? Logisch, unsere Produkte, die habe ich jetzt hier schon in der Hand, die sind in diesen kleinen Plastikröhrchen, die ihr ganz am Anfang schon gesehen habt. Ich habe jetzt hier die Variante mit etwas größeren Linsen, die sind etwa 7 bis 8 Millimeter lang. Ich kann es euch nachher nochmal in einer Nahaufnahme zeigen oder ich blende die dann jetzt hier gleich nochmal mit ein. Die werden wir nehmen und fotografieren. Hier soll eine Gruppenaufnahme erstellt werden aus 5 bzw. von 5 verschiedenen Linsen. Die werden wir dann hier anordnen und ihr werdet sehen, da werden wir unseren Spaß dabei haben, weil so einfach ist das gar nicht. Was haben wir noch? Wir fotografieren in extrem großen Maßstäben. Für diese Linsen werden wir benutzen das Laowa 100 F2.8, weil das hat einen Abbildungsmaßstab von 2 zu 1. Hervorragende Abbildungsqualität, kann ich nur empfehlen. Ich finde es eine super tolle Linse. Benutze ich schon recht lange und macht sich hier beim Stacking auch sehr gut. Und dann habe ich noch sehr viel kleinere Linsen, die halt wirklich nur 1 Millimeter im Durchmesser, 1,5 Millimeter im Durchmesser sind. Dafür werden wir benutzen das 25 F2.8 von Laowa Ultra Macro, nennt sich das Ding. Vergrößerungsfaktor 2,5 zu 1 bis 5 zu 1. Also das ist schon relativ groß, da muss man auch sauber arbeiten. Ihr erahnt es, bei diesen Abbildungsmaßstäben haben wir eine enorm geringe Tiefenschärfe von wirklich wenigen Zehntel Millimetern. Und das ist in der Produktfotografie natürlich nicht so toll, weil wir wollen ja das gesamte Produkt sehen und nicht nur einen ganz schmalen Ausschnitt oder irgendein besonderes Detail. Von daher macht sich dann die Technik des Stackings hier wirklich, ist hier wirklich sehr brauchbar. und hilft uns aus der Patsche, weil wir können dann wirklich die Tiefenschärfe auf das gesamte Objekt ausdehnen, was wir fotografieren wollen. Genau, wer schon mal Makros fotografiert hat, der weiß auch, also wenn wir dann hier auf Blende, was haben wir hier für eine Möglichkeit? 22 haben wir hier als Möglichkeit im Maximum hier nur 16. Wenn man da drauf abblendet, hat man zwar eine etwas mehr Tiefenschärfe, das Problem sind dann aber schon in diesen Abbildungsmaßstäben die Beugungsunschärfen und die versauen uns. Ihr werdet es nachher sehen, ganz schön das Bild. Ich werde vermutlich mit Blende 8 bis 11 irgendwo in dem Bereich fotografieren. Das ist so der Sweet Spot von dem Objektiv. Und trotzdem sind die Bilder nie knackig scharf, man muss die immer noch ein bisschen nachschärfen. Aber egal, dann haben wir hier, machen wir erstmal weiter mit unserem Aufbau, dann haben wir hier einmal unsere Kamera. Das ist eine Nikon Z8. Hat ein paar Vorteile, wenn man die nutzt. Dann habe ich ein Stacking Rail von MJKCC, nennt sich die Firma, ist eine österreichische Firma. Sind solide Stacking Rails mit einer Infraroteinheit. Das heißt, ich kann über eine Infrarote Fernbedienung dann hier alles eingeben, was ich brauche, was ich machen muss. Dann starte ich den Stack und das läuft alles automatisch durch. Ich muss meine Daten nur kopieren im Rechner und kann dann mein Bild erstellen lassen. Vorteil der Z8 und den finde ich echt toll. Das Ding hat mittlerweile nur noch einen elektronischen Verschluss und auch der elektronische Verschluss ist synchronisiert auf die Blitze. Auf die Blitze und löst halt auch die Blitze aus. Hat man eine normale, ältere Kamera, dann löst der Blitz, also zum Beispiel bei meiner Nikon Z7, löst der Blitz eben nur aus, wenn man den mechanischen Verschluss benutzt und nicht beim elektronischen. Hat den Nachteil, bei so einem Stack hat man auch schnell mal 200 oder 300 Fotos für ein einziges Motiv. Macht man mehr Motive übers Jahr, 100, 200, 300 hat man einen relativ hohen Verschleiß beim Verschluss. Die sind ja für ungefähr 120.000 bis 150.000 Verschlussvorgänge ausgelegt. Und ja, dann ist halt die Kamera relativ schnell hin bei sowas. Also es besteht durchaus die Möglichkeit. Meine Nikon D850, ich habe euch letztens erzählt, die hat schon über 280.000 Auslösungen, funktioniert auch noch. Also es muss nicht so sein, aber es kann so sein. Vorteil beim elektronischen Verschluss, kein Verschleiß. Von daher ist es völlig egal, wie viele Aufnahmen ich mache. Und die Nikon Z8 löst halt dabei auch die Blitze aus. Ich muss kein Dauerlicht benutzen, kann relativ kurze Verschlusszeiten benutzen. Also es hat viele Vorteile mit dieser Kamera. Ich werde jetzt hier erstmal ganz kurz das 100mm Objektiv anbringen. Und dann schauen wir mal. Die Rail habe ich bewusst auf ein Stativ gestellt. Normalerweise stelle ich die direkt mit auf den Tisch, aber dann komme ich nicht niedrig genug, um hier auf der Ebene dann die Geschichten anordnen zu können. Ja, und fangen wir einfach mal an. Ich stelle jetzt mal die Kamera um, dass ihr ein bisschen anderen Blickwinkel habt. Und dann kann ich weiter erklären. Okay, ihr seht, ich habe die Linsen schon ausgepackt. Jetzt müssen wir die natürlich ein bisschen anordnen, dass die ein bisschen schick liegen. Und ihr seht, das ist schon ein Riesenproblem. Das Problem hierbei ist, bei diesen Linsen, die sind so klein, diese Platte lädt sich elektrostatisch auf und dadurch fangen die dann an zu rollen. Noch schlimmer ist das dann bei den ganz kleinen, die kann man nicht mal mehr hinstellen, gar nichts. Und da ist selbst die Pinzette schon eine leichte Ladung in der Pinzette, obwohl ich hier eine Pinzette benutze, die aus Bambus ist. Diese leichte elektrische Aufladung macht es fast unmöglich, diese kleinen Linsen zu fassen. Die rollen hier überall rum. Also das ist ein enormes Geduldsspiel, hier wirklich diese Dinger dann so anzuordnen, dass das auch ein entsprechendes Bild ergibt. Aber ihr seht, es jetzt funktioniert. Jetzt bleibt es liegen, die Linse. Das hat die Bewandtnis. Ich habe jetzt genau die Stelle gefunden. Ich habe nämlich unter der Platte einen kleinen Magneten installiert. Der macht es mir etwas einfacher. Also man muss als Fotograf dann auch findig sein und muss schauen, wie man die ganze Sache auch gemanagt bekommt. Und ihr seht, dann geht das viel einfacher. Wenn man das hier oben macht, dann rollen die weg. Die hier ist nicht ganz so schlimm. So, ihr seht, zack, schwupp, schon geht es weiter. Also wenn sich das dann richtig elektrostatisch auflädt, ja, und schon wieder ist sie weg. Also ich werde das jetzt mal anordnen für euch, ohne dass ihr zugucken müsst. Wenn es dann so weit ist, da geht es dann weiter. So, also ihr seht, die Linsen liegen jetzt ein wenig in Reihe und Glied und ergeben ein recht ordentliches Bild. Und jetzt können wir weitermachen. Ja, Klappdisplays sind definitiv ein riesiger Vorteil, weil man hier einfach wunderbar von oben drauf schauen kann. Und ich kann euch auch mal hier über die Kamera so ein bisschen von hinten zeigen, dass ihr seht, wie ich das Ganze sehe. Ihr seht auch meine Einstellungen derzeit. Eine Blende wird nicht angezeigt, weil das Laowa keine elektronische Datenübertragung besitzt. Blende habe ich jetzt auf 11 eingestellt. Eine Zweihundertstel, damit die Blitzsynchronisation funktioniert. Und wir haben ISO 320, weil es doch recht dunkel wird. Dann mit Blende 11 und bei dieser starken Vergrößerung ist das Licht Mangelware. So, Blitze werden gesteuert hier über den Godox Blitzauslöser. Ihr seht, kann man in mehreren Gruppen Blitze anordnen. Ich habe jetzt hier auf Gruppe A den Blitz, der direkt über dem Objekt dann positioniert wird. Und auf Gruppe B habe ich den zweiten Blitz, der uns quasi als Hintergrundbeleuchtung dann dient, der das alles ein bisschen heller macht. Die Linsen sind angeordnet. Jetzt geht es daran, den Einstellschlitten entsprechend auszurichten. Das heißt, wir müssen einen Startpunkt und einen Endpunkt festlegen. Ihr seht hier, Start und End steht hier. Und die Position, die aktuelle, zeigt er uns auch an. Wir können jetzt hier über die Fernbedienung, die ich habe, die dann hier per Infrarot funktioniert, die ganze Geschichte einstellen. Jetzt geht es darum, wir müssen am Einstellschlitten, also an unserer Stacking Rail, die Start- und die Endposition einstellen. Das seht ihr hier in dem Bereich. Ich kann die Position wählen. Ich habe jetzt eine Startposition gewählt. Also gehe ich auf Start und setze die fest. Okay. Gehen wir wieder hoch auf Position. Und jetzt fahren wir so lange, das nehme ich euch mal mit der Nikon Z auf, so lange durch das Bild hindurch, bis wir eine Endposition erreicht haben. Die ist okay. Okay. Und dann gehen wir hier auf Ende und stellen das ein. Okay. Dann sollte das passen. Jetzt sagt er uns, bei 15 Mikrometern oder knapp 16 Mikrometern bräuchten wir 239 Fotos. Das ist mir ein bisschen fett. Ich denke, mit 110 Fotos sind wir gut bedient, bei 34 Mikrometern. Und Blende 11 sollte das ganz gut funktionieren. Ja, und dann geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze zurückzusetzen, auf Startposition, und dann können wir den Focus Deck starten. Das Ganze haben wir jetzt auf Startposition zurückgefahren. Die Blitze sind eingerichtet und startbereit. Ich mache mal eine Testaufnahme. Belichtung passt. Sieht sehr schick aus, die ganze Geschichte. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch, unseren Stack zu starten. Machen wir auch hier über die Fernbedienung. Und dann schauen wir mal. Das dauert jetzt eine ganze Weile. Deswegen werden wir das dann beschleunigen und ihr braucht ja nicht die 110 Blitze zu sehen. Die Aufnahmen sind durch. Wir nehmen uns jetzt einfach die Karte und kopieren unsere Daten auf den Rechner. Die Dateien von unserem Focus Stack, die haben wir jetzt auf den Rechner gezogen. Jetzt habe ich hier Helicon Focus geöffnet, mein Stacking-Programm, mit dem ich die Bilder verrechne. Hier öffnen wir jetzt die Bilder, schmeißen das mal alles rein. Öffnen die alle. Das dauert einen kurzen Moment. Und dann schauen wir mal, in der kurzen Zeit können wir schon hier drüben in den Bereich mal schauen. Hier haben wir die Render-Methoden. Da kann man ganz verschiedene Werte einstellen, ausprobieren. Ich habe jetzt festgestellt, für das Verrechnen dieser Aufnahmen macht es Sinn, Methode A mit dem gewichteten Mittelwert zu nehmen und hier unten diese Werte für Radius und Klettung einzustellen. Oftmals funktionieren die Standardwerte sehr gut. Manchmal macht es auch Sinn, da ein bisschen was zu verstellen. Da muss man experimentieren. Jetzt drücken wir hier auf Rendern und das dauert jetzt eine Weile. Damit das nicht so langweilig wird, beschleunige ich das natürlich für euch. Helicon Focus ist fertig mit seiner Arbeit und wir sehen hier im rechten Fenster das Ergebnis. Können wir ein bisschen reinzoomen. Was ist hier los? Hier sieht man, er hat das relativ gut verrechnet. Hier gibt es ein paar kleine Kanten, die ein bisschen weicher sind. Gerade da, wo es eben Überlappungen gibt von den einzelnen Objekten, gibt es öfters mal Probleme. Man könnte das jetzt noch wirklich verfeinern. Ich mache das dann meistens nur bei solchen Geschichten hier im Photoshop. Da geht es etwas einfacher. Hier müsste man dann jede Ebene anklicken und schauen, wie die verrechnet werden. Das kann man also hier in Helicon Focus auch noch machen. Ist aber ein immenser Aufwand und für diese Geschichte hier nicht unbedingt erforderlich. Das Bild speichern wir jetzt einfach. Speichern. Genau. Klicken wir gleich mal hier drauf. Machen wir eine neue Version. Ihr seht, ich habe schon mehrere Versionen erstellt. Das Video ist nicht der erste Anlauf, den ich hier nehme, weil es technische Probleme gab. Wir speichern das. So, dann haben wir unser Bild, das er schön verrechnet hat und können Helicon Focus schließen. Normal würde ich jetzt hier noch die anderen Geschichten berechnen lassen, aber wir machen das ja anhand dieses Beispiels hier im Video. Gut, wie ihr seht, wir sind jetzt hier in Lightroom. Hier nehme ich die Grundaufbereitung der Datei vor. Also noch ein bisschen was an der Belichtung ändern, an den Schatten, an den Dichtern und so weiter und so fort. Das machen wir hier. Hier kann man auch mal ein bisschen schon mal schauen, wie unsere Bilddatei aussieht. Hier haben wir schon mal ein bisschen ordentliche Vorschau und sehen, die Beugungsunschärfen haben uns ein bisschen mitgespielt. Das heißt, wir werden nachher in Photoshop auch noch etwas nachschärfen. Das mache ich lieber in Photoshop, auch wenn die Geschichte hier in Lightroom ganz gut funktioniert. Ich habe ein paar Aktionen, die da etwas meiner Ansicht nach besser funktionieren. Ja, was wir auch sehen, wir haben hier eine Menge an feinem Staub und kleinen Staubkörnchen auch hier in dem Bereich. Hier haben wir noch mal so ein bisschen was, was nicht schön aussieht. Also das müssen wir dann alles im Photoshop noch retuschieren. Unsere Arbeit hier in Lightroom besteht jetzt letzten Endes daraus, ja, einfach das Ganze mal ein bisschen anzupassen an die anderen Bilder, die ich bereits erstellt habe. Das mache ich hier ganz einfach über Einfügen und ich habe da schon mein Preset erstellt und jetzt sehen wir, so wird es in etwa aussehen. Das Ganze, ein kleines bisschen heller würde ich es machen. Die anderen habe ich etwas heller in Erinnerung. Und so wäre das dann in etwa passend. Den Ausschnitt können wir nochmal ein kleines bisschen anpassen. So, so denke ich, ist das in Ordnung. Das wäre quasi die Arbeit, die ich jetzt hier in Lightroom vornehme an so einem Bild. Jetzt würde es in Photoshop gehen, um dann eben hier Staub oder auch Sensorflecken zu entfernen und ein bisschen das Produkt an sich zu retuschieren und noch ein bisschen schicker zu machen. Das will ich euch ersparen, denn das sind mehrere Minuten Arbeit. Wir wollten ja eigentlich mal nur einen kleinen Überblick machen, wie man quasi vom Motiv dann zum fertig gesteckten Bild kommt. letzten Endes ist das nur eine Sache des Reparaturpinsels und von ein paar Retusche-Werkzeugen das hier dann richtig schick zu machen. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal die Endresultate einiger Stacks, die ich erstellt habe. Hier nun also das Endergebnis unseres im Video fotografierten Motivs. Ihr seht, es sieht recht schick aus. Ich habe natürlich auch noch ein paar andere Sachen fotografiert. Hier ein Linsensystem, das in seiner Gesamtheit mal so dargestellt werden sollte, wie es dann auch genutzt wird. Und die von mir angesprochenen Mikro-Linsen, die wirklich sehr, sehr klein waren, und die ich hier in einer Gruppenaufnahme dargestellt habe, die aber aus Einzelaufnahmen besteht. Was man sonst noch mit einem solchen Makroschlitten anstellen kann, das seht ihr hier. Das geht natürlich auch prima für Naturfotografie-Motive. Ich habe meine Bienen abgelichtet und ein paar Details dieser Bienen absolut irre, was man da so sichtbar macht. Details zu den Aufnahmen habe ich leider nicht mehr. Es waren in der Regel Stacks um die 100 Bilder, die ich da zusammengefügt habe. Ja, liebe Fotofreunde, das soll es auch schon gewesen sein für unseren kleinen Ausflug in die Gefilde der Produktfotografie. Ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant und konntet ein bisschen was für euch mitnehmen, wie meine Naturfotografie Inhalte. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir gern eure Meinung dazu in die Kommentare. Wollt ihr in Zukunft vielleicht weitere Einblicke in meine normale Arbeit sehen? Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Ja, und dann bis zum nächsten Mal hier bei meinen Fotostorys. Bis zum nächsten